Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Luminar 4 Ankündigungsvideo. Skylimm hat heute zwei neue Tools vorgestellt, die in Luminar 4 mit an Bord sein werden. Und darüber möchte ich dich jetzt einmal informieren. Viel Spaß mit dem Video. Zuerst habe ich noch eine kleine, aber tolle News für Luminar 4. Ich habe bei Skylimm nachgefragt, ob es die Möglichkeit geben wird, im Sky Replacement Tool eigene Himmel zu integrieren. Und die Antwort war klar und eindeutig. Ja, es wird die Möglichkeit geben, eigene Himmel in das Tool einzufügen. Wie sich das Ganze jetzt aber auf die Farbtemperatur oder auf die Belichtung des Bildes auswirkt, darüber haben sie keine Angaben gemacht. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Ankündigung und wird dieses Tool definitiv dann auch dadurch mehr zur Geltung bringen. Denn, seien wir ehrlich, haben wir 12, 15 verschiedene Himmel zur Auswahl, haben wir irgendwann immer dieselben Himmel zu sehen und das möchte ja keiner. Jetzt möchte ich dich aber über die beiden neuen Features in Luminar 4 informieren. Vorweg, diese Informationen stammen von Skylimm. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt keines dieser beiden Features selber ausprobieren. Das erste der beiden neuen Features ist der AI Skin Enhancer. Der AI Skin Enhancer ist eine Ki-Eye, die Gesichter und Haut in einem Foto erkennt. Mit diesem Tool lassen sich verschiedene Hautunreinheiten, wie zum Beispiel Akne, Muttermale, Pickel, aber auch Sommersprossen, zusätzlich zur Hautglättung entfernen, ohne die Natürlichkeit zu verlieren. Kleine Details wie Poren, Haare und Wimpern auf der Haut bleiben erhalten. Mit dem AI Skin Enhancer wird die Haut von Personen automatisch retuschiert, die Kontrolle über die Stärke der Verbesserungen bleibt aber in deiner Hand. Dieses Tool ist für Profis wie auch für Hobbyfotografen geeignet. Profis können ohne langes Rädchendrehen brauchbare Ergebnisse schon direkt nach dem Shooting vorweisen. Und für Hobbyfotografen ist die Zeit vorbei, Haut unnatürlich übertrieben glatt zu zeichnen. Für mich ist das ein sehr, sehr gutes Tool und ich freue mich sehr darauf, mit diesem Tool zu arbeiten. Das zweite neue Feature, das heute vorgestellt worden ist, ist der Portrait Enhancer. Der Portrait Enhancer ist eine Ansammlung von acht verschiedenen Werkzeugen, die die Merkmale eines Gesichts von Personen hervorheben und verbessern können. Und diese acht Tools werde ich dir jetzt mal etwas genauer erklären. Die genauen Bezeichnungen im Deutschen stehen allerdings wohl noch nicht fest, daher nicht über die Namen der Tools wundern. Das erste Tool ist die gesichtsbewusste Beleuchtung. Dies ist ein Regler, der die Helligkeit eines Gesichts anpasst, ohne sich auf den Rest des Bildes auszuwirken. So ist es möglich, mit diesem Regler einen Blitz oder Reflektor zu simulieren. Das zweite Tool ist die Augenverbesserung. Ein Regler, der die Ausdruckskraft und Schärfe der Augen verbessern soll. Der dritte Regler, Entfernen von dunklen Schattierungen. Mit diesem Regler ist es möglich, Augenränder und dunkle Schattierungen im Gesicht zu entfernen. Der vierte ist die rote Augenentfernung. Ein Regler, den man aus anderen Anwendungen ja auch schon kennt, entfernt durch Blitzlicht verursachte rote Augen. Der fünfte Regler ist die Gesichtskonturierung. Oh, ein ganz, ganz schweres Wort. Ein Regler, der das Gesicht dünner erscheinen lässt und zu attraktiveren Ergebnissen führen soll. Das sechste Tool, Augenvergrößerung. Ein Regler, der zur Vergrößerung der Augen führt, kann hilfreich sein bei Personen, die in die Sonne oder ins Licht des Reflektors schauen. Tool Nummer sieben, Augenbrauen verbessern. Dieser Regler ermöglicht es, Augenbrauen zu verdicken und zu verdunkeln. Und last but not least, das achte Tool, Verbesserung von Lippen und Zähnen. Der Regler zur Verbesserung von Lippen führt dazu, dass mehr Farbe und Tiefe auf den Lippen erzeugt wird. Hingegen der Regler zum Verbessern des Zahnweises führt dazu, dass die Zähne gebleicht werden, um ein schöneres Lächeln zu erzeugen. Der Portrait Enhancer ist ein Tool, um professionell aussehende Porträts zu erstellen und das mit nur ein paar Schiebereglern. Man braucht nun keine Masken oder Auswahltools mehr, um tolle Ergebnisse zu erzielen. Es gibt integrierte Voreinstellungen, die man dann nach seinen eigenen Wünschen anpassen kann. Mit diesem Tool ist es möglich, innerhalb von wenigen Minuten eine komplette Portraitretusche zu erstellen. Meine persönliche Meinung zu diesen beiden neuen Features sind sehr, sehr positiv. Wenn das alles so auch funktioniert, wie es angekündigt worden ist, einfach klasse. Ich denke, dass man mit diesen beiden Features schnell und einfach tolle Porträts von Partys, von Geburtstagen, von Hochzeiten, von allen möglichen Events, wo Personen zu fotografieren sind, erstellen kann. Und das nicht nur als Profifotograf. Auch die Hobbyfotografen, die gelegentlich mal auf einem Geburtstag vom Opa, der Freundin oder von sonst irgendwem fotografieren, können mit diesen beiden Tools, denke ich, super Ergebnisse erzeugen. Und für Profis, ich denke mal, kann das Ganze ein Zeitersparnis darstellen. Aufgrund dessen, dass man halt sehr viele Möglichkeiten hat, Anpassungen durchzuführen. Ich freue mich auf das Tool und bin mal gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich einfach mal interessieren. Ja, jetzt am Ende des Videos angekommen, hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat und du diese neuen Infos rund um Lumina 4 für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Solltest du Interesse an diesem Programm gefunden haben, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir Links hinterlegt, über die du das Programm beziehen kannst. Das Ganze sind Affiliate-Links. Du musst nicht mehr dafür bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision dafür, wenn du über meinen Link dir dieses Programm zulegst. Außerdem gibt es noch einen Rabattcode Björn. Der funktioniert allerdings nicht bei allen Affiliate-Links unten in der Beschreibung. Welche das sind, habe ich allerdings mit dabei geschrieben. Also nicht wundern, es gibt da, glaube ich, ein Paket im Moment bei Skylam, bei dem der Rabattcode nicht funktioniert. Bei allen anderen bekommst du einen 10 Euro Rabatt mit dem Rabattcode Björn. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!